So, einige Bienen sind geschlüpft. Schauen wir mal ins Bienenhotel. So sieht, offen, offen. Wie sieht man das? Offen. Ja, einige sind wieder raus. Tolle tolle Sache. Der und der eine war nicht viel los. Es sind nur ein paar zu. Der ist noch zu. Der ist noch zu. Und hier sind noch nicht so... Was weiß ich da, ein oder zwei. Das war es dann aber auch. Das andere da hinten ist noch komplett geschlossen. Die stehen hierbei rum. Die hummeln sind wieder aus dem Boden, kommen die Ertrummeln. Tolle Sache.